Am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr ist im Landkreis Waldeck-Frankenberg ein Segelflugzeug vom Typ LS4 abgestürzt. Der Pilot, der sich alleine in der Unglücksmaschine befand, kam hierbei ums Leben. Passanten berichteten von einem lauten Knall und informierten die Polizei. Gegen 16.35 Uhr ist heute Nachmittag hier ein Segelflugzeug abgestürzt. Dabei ist der Pilot ums Leben gekommen. Soweit wir bislang wissen, ist die Maschine von einem Flughafen in der Nähe von Iserlohn gestartet am frühen Nachmittag. Der Pilot hat hier offenbar die Kontrolle über sein Segelflugzeug verloren und ist hier auf einer Wiese östlich von Niederwerbe abgestürzt. Er war allein in der Maschine. Andere Personen sind auch nicht zu Schaden gekommen. Es ist hier ein freies Wiesengelände, etwa 500 Meter östlich von Niederwerbe. Die sofort zur Einsatzstelle gerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun, er war auf der Stelle tot. Die Absturzstelle befindet sich in der Nähe eines Grillplatzes und wurde weiträumig abgesperrt. Wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Der Pilot ist nach Angaben der Polizei in Iserlohn gestartet. Derzeit befindet sich an der Einsatzstelle ein Luftfahrtsachverständiger vom Regierungspräsidium Kassel sowie die Experten der Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig. Über die Identität des Piloten konnte die Polizei noch keine Angaben machen, denn eine korrekte Identifizierung war nicht mehr möglich. Am Abend wurde noch ein Hubschrauber zur Absturzstelle bestellt, um diverse Luftaufnahmen zu machen. Das Segelflugzeug ist bekannt für seine gutmütigen Flugeigenschaften und wird sowohl für Leistungsflüge als auch für die Anfängerschulung eingesetzt.